Willkommen beim Report. Geheime Absprachen, die Folgen der Seitletter. Unerwünschte Wirkung, die Impfpflicht in einer Salzburger Gemeinde. Und Vertrauenskrise, die Demokratie in der Pandemie. Guten Abend, schön, dass Sie da sind und mit uns in die innenpolitisch wichtigsten Themen dieser Woche eintauchen. Die da einmal mehr Chats und noch einmal Chats bzw. geheime Absprachen über Postenvergaben beinhalten. Ein unrühmliches, jahrzehntelanges Kapitel in der Politik, das offensichtlich noch immer nicht geschlossen ist. Neue Enthüllungen zeigen nicht nur anhand der sogenannten Seitletter, wie die Parteien dokumentiert die FPÖ, die ÖVP und auch die Grünen Absprachen über hochrangige Posten in der Republik fernab der Öffentlichkeit getroffen haben. Sondern auch wie Jobs in der Justiz und im Innenministerium besetzt worden sind bzw. besetzt werden sollten. So auch in der Finanzverwaltung, wie die jüngste Veröffentlichung rund um den ÖVP-Klubobmann August Wöginger zeigt. Martin Busch und Alexander Sattmann über die Folgen insbesondere für die türkis-grüne Koalition. Jetzt hat es auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger erwischt. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft will gegen ihn ermitteln. Es geht um die Neubesetzung der Leitung des Finanzamts in Wögingers Wahlkreis Braunau. Er soll 2017 beim ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, erfolgreich für einen ÖVP-Bürgermeister interveniert haben. Wöginger bestreitet die Vorwürfe. Die Grünen prüfen noch, ob sie einer Auslieferung Wögingers zustimmen und die Staatsanwaltschaft damit weiter ermitteln darf. Walter Geier war Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Er sagt in kaum einem anderen Land Westeuropas, sein Freund an Wirtschaft und Postenschacher so weit verbreitet wie in Österreich. Es ist im Zusammenhang mit den Chats das Wort steuerbar irgendwann einmal vorgekommen. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Politiker wollen gern Beamte haben, die in der verstaatlichten Industrie oder in dem Einflussbereich, den sie haben, Leute, die steuerbar sind, die wissen, was sie im Interesse der Politik zu tun haben. Und der Bürger darf aber verlangen, dass diejenigen, die solche Positionen besetzen, nach dem Gesetz vorgehen. Und nach bestem Wissen und Gewissen und nicht politische Vorstellungen erfüllen oder vielleicht sogar schon erahnen. Kaum ein Tag, der für ÖVP und Grüne ohne Turbulenzen verläuft. Chat-Protokolle und geheime Absprachen erschüttern die Koalition. Und auch der Altkanzler mischt noch mit. Sebastian Kurz persönlich sorgt dafür, dass ein Side-Letter aus den Regierungsverhandlungen den Weg an die Öffentlichkeit findet. Das Papier soll beweisen, nicht nur frühere Koalitionen, auch die aktuelle unter Beteiligung der Grünen trifft geheime Nebenvereinbarungen. Er hat einen Doppelschlag versucht. Er hat versucht zu sagen, das ist doch ganz normal in Koalitionen, dass man Side-Letters macht. Auch mit den Grünen haben wir das gemacht und gleichzeitig hat er versucht, auch Rache zu nehmen an Werner Kogler, der aus seiner Sicht derjenige ist, der ihm das Amt des Bundeskanzlers gekostet hat. Ich glaube trotzdem, es war ein Fehler, weil es erstens die Vertrauensgrundlage zwischen den jetzt Regierenden auf ÖVP-Seite und auf der Seite der Grünen vermutlich nicht besonders gestärkt hat. Und der zweite Punkt ist, dass ich einfach mir denke, im Vorfeld eines U-Ausschusses, in dem die ÖVP im Zentrum steht, wird die ÖVP vermutlich auch schwer von den Grünen verlangen können, dass sie ihnen in irgendeiner Form zur Seite stehen. Vorerst ist es vor allem für die Grünen unangenehm. Im geheimen Side-Letter akzeptieren sie ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen, während sie öffentlich immer dagegen auftreten. Und auch bei Personalabsprachen sind sie nicht zurückhaltend, so soll ein Grüner neuer Vorsitzender im ORF-Stiftungsrat werden. Walter Geier hat für die Grünen den Koalitionspakt in den Bereichen Justiz und Transparenz mitverhandelt. Haben Sie gewusst, dass es so einen Side-Letter gibt? Überhaupt nicht. Darüber ist nicht gesprochen worden. Was hätten Sie getan, wenn Sie es gewusst hätten? Ich hätte meine Meinung dazu gesagt und die wäre klar gewesen. Also Sie hätten das abgelehnt? Ich hätte es abgelehnt, Herr. Was sagen Sie inhaltlich zu diesem Papier? Soweit Sie mir bekannt sind, die Inhalte, würde ich sagen, ein Teil ist völlig absolut und ein Teil ist unnötig. Kurz nach der Regierungsbildung hat Werner Kogler Nebenabsprachen bestritten. Nun sagt er, man habe die türkise Macht eindämmen müssen. Klar war, dass die ÖVP, die türkise ÖVP im Stiftungsrat eine große, eine absolute Mehrheit hat. Klar war auch, dass allenthalben die Gefahr einer weiteren Urbanisierung festgestellt wurde. Und uns war wichtig und das Ziel war, unabhängigere, kompetente Menschen in Verantwortung zu bringen. Jetzt sagen die Grünen, ja, wir haben das ja gemacht, damit die ÖVP nicht das ganze Feld für sich hat. Sind Sie das auch so? Das leuchtet mir nicht ein, wenn man in einer allgemeinen Form auch verabreden kann, wie Posten, Vergaben korrekt durchgeführt werden können. Ich würde allen Parteien raten, sich das Antikorruptionsfolgsbegehren durchzulesen. Und da können sie sehr viel lernen, wie es korrekt geht. Nun versprechen die Parteien in Zukunft, auf geheime Nebenabsprachen zu verzichten. Für Heidi Glück, ehemalige Sprecherin und Beraterin von Ex-ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel, ist das unrealistisch. Und auch die Aufregung um die Seitleiter kann sie nur bedingt nachvollziehen. Also ich würde sagen, da ist einmal sehr viel Verlogenheit und Heuchelei auch dabei. Weil sämtliche Parteien, die irgendwo in Regierungsverhandlungen einmal waren, wissen, wie sowas abläuft. Und dass es eben wichtig ist, dass man gewisse Dinge schon zu Beginn einer Legislaturperiode regelt. Egal, ob man sie jetzt festschreibt oder ob man sie mündlich festhält oder in welcher Form man sie festgelegt hat. Es wird auch in Zukunft gewisse Art von Prozessabsprachen geben müssen. Ich glaube nur, dass es die Aufregung bei den politischen Akteuren größer ist, als sie in Wahrheit in der Bevölkerung ist. Hier steht der nächste große Stimmungstest für die Volkspartei bevor. Spätestens in einem Jahr muss im ÖVP-Kernland Niederösterreich neu gewählt werden. Nun häufen sich die Spekulationen über eine Vorverlegung der Wahl. Ich glaube, es ist eine Schlüsselwahl. Niederösterreich ist die letzte oder derzeit einzige Bastion mit absoluter Mehrheit. Und gleichzeitig ist auch Johanna Mikkel-Leitner die mächtigste Frau in der ÖVP. Also es ist eine für sie eine Schlüsselwahl, es ist eine Schlüsselwahl für die ÖVP. Da werden dort natürlich diese Szenarien, ob es günstiger wäre, jetzt zu wählen oder erst zum vorgesehenen Zeitpunkt Jänner bis März 2023, das wird natürlich die nächsten Wochen auch die ÖVP intern sehr beschäftigen. Meinungsforscher Christoph Haselmayr hat die politische Stimmung in Niederösterreich untersucht. Nach seiner aktuellen Umfrage würde die ÖVP die absolute Mehrheit verlieren. Profitieren würde derzeit vor allem die impfkritische MFG. Ein Wahltermin gleich nach dem Sommer könnte Corona als Thema in den Hintergrund drängen. Die ÖVP Niederösterreich hat definitiv jetzt Kopfschmerzen und ein Strategieproblem. Kurzer Wahlkampf September, das würde dafür sprechen. Aber entscheidend wird sein, was in den kommenden Wochen in möglichen Korruptionsanschuldigungen gegenüber der ÖVP drinnen ist. Und das entscheidet auch dann den Wahltermin in Niederösterreich. Für die niederösterreichische ÖVP besonders heikel. Nun sind auch alte SMS-Nachrichten von Johanna Mikl-Leitner öffentlich. In einem Chat schrieb sie 2016, rote bleiben Gsindl. Dafür hat sich die Landeshauptfrau mittlerweile entschuldigt. Als hätte die Regierung nicht ohnehin genug Erklärungsbedarf, wäre da, leider noch immer, die Pandemie. Und das am Höhepunkt der Omikron-Welle, in der nun weiterhin gelockert wird. So auch heute, denn ab Samstag dürfen Ungeimpfte nicht nur in allen Geschäften wieder einkaufen, sondern mit Test auch zum Friseur. Und das ganz ohne Impfung, trotz der seit Samstag geltenden Impfpflicht. Nachvollziehbar oder einfach nur pragmatisch, Ilmas Güllim, Helga Lassau und Sophie-Christin Hausberger über die vielen, mitunter widersprüchlichen Corona-Spielregeln und ihre Folgen. Ein Stimmungsbild. In der Bäckerei Körrer in Ernstbrunn, Niederösterreich und dem dazugehörenden Kaffeehaus ist alles bereit für den Fasching. Zum Lachen hatte das Ehepaar Körrer in den letzten zwei Jahren wenig. Und auch jetzt bringt die Pandemie den wiederlaufenden Betrieb immer wieder an seine Grenzen. Momentan haben wir Ausfälle gehabt von insgesamt vier Mitarbeitern gleichzeitig. Teils positiv, teils in Absonderung durch Quarantäne, weil sie Kontaktperson waren. Das war dann eine kurze Herausforderung, wie wir das personaltechnisch alles abdecken können. Wir haben dann eine Filiale an drei Nachmittagen zusperren müssen und eine andere Filiale einen Tag ganz. Ja, war eine Herausforderung. Drei Bäckerei-Filialen wurden Mitte März 2020, also kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, eröffnet und gleich wieder geschlossen. Um finanzielle Hilfen vom Staat ist das Ehepaar deshalb umgefallen. Auch die Gastro konnten sie nicht beliefern. War nicht einfach. Du übernimmst den Betrieb, du weißt, du hast Kosten, dann sperrt er die Regierung zu. Ja, ich hab im Kopf immer nur gehabt, wie fährt das, fährt man aus, das, fährt man aus, das, fährt man aus, die Schulen fallen weg, das Gasgewerbe fährt weg, die bestehenden Gasgewerbe fallen weg. Und ich hab auch im Kopf gehabt, die Bank möchte jedes Monat Geld haben. Der Friseursalon hinter dem Stephansdom ist in einer Top-Lage, dennoch ist derzeit wenig los. Wie schaut's denn heute aus mit dir? Das haben echt viele abgesagt heute. Auch hier zwingen die hohen Corona-Infektionszahlen entweder Mitarbeiter in Quarantäne oder die Kunden sagen ab. Und die Hilfsgelder laufen langsam aus. Wir merken momentan, dass wir ca. 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz haben im Monat als zuvor Corona. Da muss man aber schon dazu rechnen, dass es ja über die Zeit ja auch Preiserhöhungen sowohl bei Produkten als auch bei unseren Dienstleistungen wie normal jährlich um ca. 2 bis 3 Prozent gegeben hat. Auch das muss ich eigentlich einkalkulieren. Der Friseur hofft auf eine baldige Lockerung der Corona-Regeln, damit es wieder eine Perspektive gibt. Also wir merken, dass viele Kunden tatsächlich fehlen. Also gerade im Herrenbereich merke ich es extrem. Sogar 54 Prozent der Kunden sind ausgeblieben seit Beginn Corona. Hat natürlich einerseits damit zu tun, dass sich manche halt nicht impfen lassen. Andererseits aber auch damit, dass viele im Homeoffice sind und dadurch eben sagen, okay, ich muss nicht so regelmäßig zum Friseur gehen. Und das merken wir schlussendlich alles zusammen sehr stark. Fehlender Umsatz trotz Öffnung, auslaufende Staatshilfen. Viele Betriebe fürchten eine Pleite. Und auch der Kreditschutzverband merkt, dass die Insolvenzen wieder ansteigen, auf Vorkrisenniveau. Also die Insolvenzen wurden definitiv durch die Corona-Phase verzögert, weil ja natürlich der Staat entsprechende Hilfen ausgeschüttet hat. Und diese Stundungen auch über die nächsten Jahre nachlaufen. Und wir werden sicher in den kommenden Jahren auch Insolvenzen sehen, die aufgrund von Corona entstanden sind. Nicht alle auf einmal, sondern eben verzögert. Es gibt sicher eine Anzahl von Unternehmen, denen man die Lebenszeit verlängert hat. Die Hilfen haben hier natürlich entsprechend geholfen. Es ist immer so, dass es Phasen gibt natürlich auch, wo es zu einer Überförderung kommen kann. Und es sehen auch natürlich viele Betriebe jetzt, dass das zu einer Verlängerung führt. Das heißt, die Pleite wird nur aufgeschoben. Auch die Zahl der Privatkonkurse steigt jetzt wieder stetig an. Reserven sind oft aufgebraucht. Gestunderte Zahlungen an Finanzamt und Sozialversicherung werden wieder fällig. Die Schuldnerberatung hat regen Zulauf. Schon jetzt ist jede dritte Person, die zu uns kommt, war einmal selbstständig. Und da sehen wir noch einen Nachholeffekt. Also viele Personen, die selbstständig waren oder die sich jetzt auch noch versuchen und glauben, der Aufschwung kommt rascher als gedacht, werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten in Privatinsolvenz auch gehen müssen, weil sie oft auch die Privathaftung haben vom Finanzamt, Sozialversicherung, aber natürlich auch die Kredite und ähnliches mehr. Gerade die Ein-Personen-Unternehmen. Aber auch wenn die Betriebe wieder offen haben, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Eintritts- und Maskenregeln verunsichern Kunden. Viele Kunden rufen uns an, wollen Termine ausmachen, fragen dann natürlich auch nach, wie die Regelungen sind. Und das Problem ist für uns, dass wir keine offizielle Aussage treffen können. Wir können nur sagen, ja, wahrscheinlich wird die 3G-Regel auch beim Friseur kommen. Aber definitiv können wir das noch nicht sagen. Und sie soll halt bitte einen Tag vorher nochmal anrufen. Aber ist natürlich für uns dann auch schwierig, weil wir dann kurzfristig Termine vielleicht doch wieder stornieren müssen. Ab Samstag gilt für Friseurbesuche wieder 3G. Auch Ungeimpfte dürfen also wieder zum Haare schneiden. Mit einem negativen Test. Auch der Bäcker hofft auf mehr Gäste ab Samstag, denn in der Gastro wird ebenfalls von 2G auf 3G ausgeweitet. Ja, ich freue mich, wenn es wieder 3G gibt, wenn wieder die Leute unter Anführungszeichen nur mit einem Test ins Café kommen dürfen. Da wird es ja wieder da ein bisschen mehr Leben herinnen sein. Die Aufbruchstimmung ist noch zaghaft. Zu oft schon hat man sich zu früh gefreut. Und jetzt die Impfpflicht. Sie bringt zusätzlich Betriebe unter Druck. Das Reinigungsunternehmen Markas in St. Pölten ist vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen tätig. Eine Impfpflicht am Arbeitsplatz findet die Geschäftsführerin aber schwierig. Es wäre für die Unternehmen eine Katastrophe, wenn sie jetzt die Impfpflicht auch kontrollieren müssten, beziehungsweise nur noch Mitarbeiterinnen beschäftigen könnten, die entweder geimpft oder genesen sind. Da müsste dann wahrscheinlich ein Großteil der österreichischen Unternehmen inklusive der kritischen Infrastruktur zusperren. Von 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind derzeit 73 Prozent geimpft. Die Geschäftsführung setzt auf sanften Druck und bietet einen 50-Euro-Supermarktgutschein als Impfanreiz. 50 Personen haben bis jetzt zugegriffen. Sind Sie damit zufrieden oder hätten Sie sich mehr erwartet? Ich hätte mir mehr erwartet, dass die Mitarbeiter für 50 Euro doch hier mehr Kolleginnen und Kollegen motivieren können. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, jeder zusätzliche Mitarbeiter ist wichtig, der geimpft ist. Und so gesehen ist das Ergebnis okay, aber natürlich je mehr, umso besser. Die, die ganz und vehement dagegen sind, ich glaube, die erreicht man zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr. Und wir wollen jetzt wissen, wie viele Menschen sind das eigentlich, die eine Impfung trotz Anreiz und mittlerweile gültige Impfpflicht verweigern? Dazu ist uns jetzt der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl vom Austrian Corona Panel Project der Universität in unserem Gästestudio zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Eberl, Sie führen aktuelle Umfragen, Studien immer wieder zur Impfbereitschaft durch. Wenn man sich die aktuellen Impfzahlen ansieht, kann man daraus schließen, es ist Impfpflicht und keiner geht hin. Beziehungsweise nur ein geringer Bruchteil der noch oder noch nicht ganz 1,3 Millionen geimpften Menschen in Österreich. War das zu erwarten? Na ja, für eine effiziente Impfpflicht, also eine Impfpflicht, die auch wirklich die Impfbereitschaft erhöht, braucht man grundsätzlich drei Voraussetzungen. Also einerseits, dass die Umsetzung auch juristisch geprüft wird vorab, dass klar argumentiert wird, dass eine Impfpflicht auch kontrolliert wird, wie jede andere Maßnahme auch. Und dass es auch Begleitmaßnahmen gibt. Also dass Personen, da gibt es ja durchaus Personen, die Angst haben vor der Impfung, dass die auch irgendwie abgeholt werden, dass da eine Beratung zum Beispiel stattfindet. Das heißt, dass jetzt viele Leute sagen, naja, vielleicht wird die Impfpflicht gar nicht umgesetzt. Ich warte lieber noch ab oder das Ganze irgendwie versuchen auszusitzen. Das ist schon noch ein Resultat dieses kommunikativen Durcheinanders irgendwo auch. Also zu erwarten war es nicht. Man hätte durchaus eine effiziente, wie heißt es, eine effiziente Impfpflicht vorbereiten können. Was aussitzen heißt, wollen wir uns heute noch in einem anschaulichen Beitrag ansehen. Aber zuvor noch zu den Zahlen. Die schauen nämlich, wie wir in der Grafik sehen, folgend aus. Jeden 83 Prozent der bereits einmal oder schon mehrmals Geimpften steht wirklich nur ein minimaler Bruchteil von knapp einem Prozent noch Impfwilligen gegenüber. Und dann sehen wir, knapp oder rund vier Prozent sind zögerlich und rund zwölf Prozent, die sind einfach für diese Impfung nicht zu haben. Aus jetziger Sicht wollen sie sich nicht impfen lassen. Kann man diese Menschen dennoch irgendwie erreichen? Also bei den zwölf Prozent eben dieser nicht impfbereiten Personen, da wird es durchaus schwierig. Das sind Personen, da haben sich die Einstellungen schon stark verfestigt. Da haben wir auch in den letzten Monaten wenig Veränderung gesehen. Also das ist so ein starker Kern irgendwie auch. Aber wir sehen bei diesen zögerlichen und bei den Impfbereiten, das sind grundsätzlich noch fünf Prozent. Da sehen wir doch noch Potenzial. Das sind einerseits jüngere Personen, die man an den Schulen, vor allem auch Berufsschulen abholen könnte. Das sind die Lehrenden unter anderem auch Personen, die man da einbinden könnte. Und wir sehen aber auch junge Frauen mit Kinderwunsch. Da gibt es Sorgen von Nebenwirkungen. Auch Personen mit Komorbiditäten, die haben Angst vor Wechselwirkungen. Das heißt, da könnte man durch eine Beratung, ärztliche Beratungsinitiative, proaktive Beratung durch Hausärzte und Ärztinnen, da auch noch ein bisschen was bewegen. Andere Argumente, sich nicht impfen zu lassen, die wollen wir uns jetzt ansehen, die da nämlich ins Spiel kommen, die wollen wir uns ganz konkret jetzt auch anhören. Nämlich, wie funktioniert die Impfpflicht im Alltag? Und zwar am Beispiel eines Zusehers, der uns geschrieben hat, sich der Impfpflicht zu widersetzen, beziehungsweise diese auszusitzen. Das wollten wir freilich genauer wissen. Was sind die Motive dahinter? Und kann Ihnen der Bürgermeister vielleicht doch noch überzeugen, sich impfen zu lassen? Ein Lokal-Augenschein aus Altenmarkt, zauchen Sie. Herr Minister, Dienstagabend, während Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die Impfpflicht im Reportstudio verteidigt. Die Impfpflicht schafft hier eine Perspektive. Wir brauchen eine Perspektive nach zwei Jahren. Schreibt uns zeitgleich ein Zuseher. Diese sei keine Perspektive. Er und seine Frau werden sich bestimmt nicht impfen lassen, sondern, Zitat, die Sache aussitzen. Beste Grüße, alles Peerwein. Aussitzen, das wollen wir genauer wissen und machen uns auf den Weg nach Salzburg, nach Altenmarkt, Zauchensee, wo wir Herrn Perwein treffen. 56 Jahre alt, Eigentümer eines mittelständischen Betriebes, den mittlerweile seine beiden Söhne führen. Ich bin mit meiner Frau im Wohnzimmer gesessen und habe da ihre Frage an den Herrn Mückstein gehört. Und dann haben wir gesagt, ja, das würden wir aussitzen. Aussitzen heißt für uns, dass wir uns nicht impfen lassen wollen, aus verschiedenen gesundheitlichen und persönlichen Gründen. Das heißt, Sie würden dann die Strafe zahlen oder würden Sie das rechtlich anfechten? Wir würden die Strafe zahlen, würden auf jeden Fall einmal einen Einspruch erheben, denn wir sehen uns als genesen. Also, Entschuldigung, Sie hatten Corona. Wir hatten Corona, genau. Wir sehen uns als genesen, aber ein halbes Jahr drüber, wir sind rausgefahren aus dieser Grenze. Wir sehen uns als genesen und wir würden die Strafe einmal in Kauf nehmen und einmal Einspruch erheben. Und dann warten wir, was passiert. Aber es gibt ja einen Grundsatz in unserem Land, sich an Gesetze zu halten. Warum wollen Sie das nicht machen? Uns geht es so, dass ich sage, ich will nicht, dass jemand anderer über meinen Körper verfügt. Und wenn ich grundsätzliche Sorge habe, dass mein Körper eventuell irgendwas macht nach der Impfung. Wir haben im Bekanntenkreis auch Fälle, die nach der Impfung Probleme haben. Dann will ich mir das nicht andern. Wie ist das dann bei Ihnen in der Familie oder im Freundeskreis? Sind da alle ungeimpft oder wie darf man sich das vorstellen? Ja, das ist eine interessante Konstellation, weil in der Familie sind, wir haben drei Kinder, zwei davon sind geimpft, einer ist nicht geimpft. Wir sind auch nicht geimpft, also wir haben eine Badstellung. Und durch diese Badstellung kommt es zu Diskussionen, zu interessanten Gesprächen. Für und wieder wird abgewogen. Und ja, es ist eine interessante Zeit oft. Angst doch einmal schwer oder an Long-Covid-Urkrankung hat Herr Perwein nicht. Na, ich habe keine Angst, Long-Covid zu bekommen. Wir haben grundsätzlich ein sehr gutes Immunsystem, so glauben wir. Wir ernähren uns sehr gesund. Wir haben Corona selber im Silvester 2020 auf 21 gehabt. Unser behandelter Arzt hat gesagt, 95 Prozent der unter 50-Jährigen oder ein bisschen älter bin ich, haben so einen leichten Verlauf, wie es wir gehabt haben. Und ich habe dann nie mehr was aufgeklappt bis zur vorletzten Woche, wo wir wieder Omikron aufklappt haben. Und auch wieder in einem sehr leichten Verlauf. Was überwiegt denn jetzt die Unsicherheit gegenüber der Impfung bei Ihnen? Oder ist es das Unbehagen gegenüber dieser Impfpflicht? Es ist das Unbehagen mit der ganzen politischen Situation, wie sich das ergeben hat. Die Impfung hilft. Die Impfung ist das allrettende Mittel. Und dann hilft es doch nicht. Die Geimpften können sich trotzdem anstecken, können trotzdem erkranken. Und diese Aneinanderreihung dieser Situationen haben uns dazu bewogen, dass das nicht was Hundertprozentiges ist. Und dann haben wir gesagt, machen wir es nicht. Protestieren Sie zum Beispiel auch, indem Sie bei Demonstrationen mitgehen? Ich bin bei keiner Demonstration dabei. Das ist ein stiller Protest, der aber auch im Bekanntschaftskreis diskutiert wird natürlich. Ein stiller Protest, der aber so weit geht, dass Alois Pärwein nach 35 Jahren aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund austritt. Mit dem Lockdown für Ungeimpfte im November ist es für ihn auch mit der ÖVP-Mitgliedschaft vorbei. Das war eine Phase, wo in der Diskussion so viele Maßnahmen getroffen worden sind, um die Menschen impfen zu lassen. Wir haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter, die auf Baustellen fahren, können in diesem Zuge, wenn der Lockdown für Ungeimpfte ist, der kann nicht einmal mehr irgendwo in ein Gasthaus essen gehen. Das war Ihnen zu viel an Grundrechtsbeschränkungen? Das ist eine Einschränkung, die ich nicht verstanden habe. Und haben Sie gesagt, die will ich auch dann als ÖVP-Mitglied nicht mehr mittragen? Genau. Sein Vertrauen scheint erschüttert. Kann ihn noch etwas bzw. jemand überzeugen? Wir treffen den Bürgermeister von Altenmarkt, Robert Winter, und bitten die beiden nunmehr einstigen Parteikollegen zum Gespräch. Wenn du als Bürgermeister zu stark da einen Druck rausüben versuchst oder was, er zeigt das automatisch natürlich einen Gegendruck. Und das ist dann nicht gut, wenn man wieder miteinander reden muss. Mit Impfzwang oder Impfpflicht, mit so einer Aktion gibt es natürlich diesen Gegendruck, wo wir sagen, das lassen wir jetzt nicht aufs Auge drucken. Ist die Impfpflicht, Herr Bürgermeister, aus Ihrer Sicht daher alternativlos oder nicht? Ja, als Bürgermeister habe ich in meinem Amt diese Maßnahme sowieso zu tragen. Aber ich stehe ja persönlich hinter der Impfpflicht. Ich finde es zwar traurig, dass man jetzt diese Pflicht einführen hat müssen, dass die Menschen einfach nicht in der Anzahl die Impfung wahrgenommen haben, dass wir das Virus eingedämmt hätten. Aber da muss ich in die Vergangenheit zurückgehen, wie Corona losgegangen ist, so um den Jahreswechsel 2020. Es hat dann, obwohl wir uns sehr bemüht haben, gar nicht so lange dauert, haben wir das Virus leider auch ins Seniorenheim eingebracht. In Summe dann 13 Todesfälle mit oder an Corona, da kannst du streiten, wie immer. Auf jeden Fall 13 Todesfälle für ein Haus in der Größenordnung, problematische Zahl. Herr Pärwein, sind das Argumente, die Sie überzeugen können? Es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen. Wenn Sie die anderen Maßnahmen einhalten und wenn Sie sie testen lassen und da schauen, dass Sie auf einem guten Weg sind, dann werden wir die Pandemie so gut wie möglich zumindestens niederhalten. Zwei Drittel in der Gemeinde sind geimpft, ein Drittel nicht. Damit liegt Altenmarkt in Bongau im Salzburger Schnitt. Würde deine Impfprämie helfen? Irgendwie stimmt es mich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man Menschen auch Geld geben muss, dass was für die Gemeinschaft und was Positives ist, dass wir endlich, und das glaube ich, wollen wir alle miteinander, wir wollen das Corona, dieses Virus so bald wie möglich so in seine Schranken weisen, dass wir wieder alle miteinander vernünftig leben können auf allen Ebenen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Anreiz ist für manche, vielleicht gewisse kleine Gruppen können sein, dass sie es sogar persönlich brauchen würden, aber nicht für die Gemeinden. Wenn ich jetzt Bedenken habe, was meine Gesundheit betrifft, ob mich da dann ein Sportplatz oder eine Kultureinrichtung oder irgendwas davon überzeugen kann, nein, das ist sehr gekritisch. Haben Sie Argumente, um den Herrn Bärwein möglicherweise noch zu überzeugen? Du hast eingangs das angesprochen, du wartest auf einen anderen Impfstoff, nicht? Also dieser Totimpfstoff oder was, was da wahrscheinlich im Raum steht. Wäre eine Möglichkeit. Und so, der wird kommen und dann wird sich das Problem gelöst haben, glaube ich, zwischen uns zwei, nicht? Oder es muss sich automatisch, weil der Virus sich so abschwächt. Das kann ja auch sein. Wenn verschiedene Staaten mit dem grünen Pass aufhören, dann könnte das ja genauso ein Thema sein, dass da nicht mehr notwendig ist, dass man jetzt umsonst diskutieren könnte. Dieser respektvolle Umgang untereinander, den misse ich einfach. Und gerade auf Ebenen dann medial, Fernsehdiskussionen und so weiter, wie man da zum Teil miteinander umgeht, das können wir auf der Orts-Ebene einfach nicht brauchen. Haben wir auch nicht bis dato. Und auf das werden wir schauen, dass das Klima da, zumindest bei uns in den Altmarkt, gut bleibt. Darum braucht es das gute Gespräch und das werden wir immer versuchen zu halten. Und wir gehen jetzt noch einmal in unser Gästestudio zu Prof. Jakob Moritz Eberl vom Austrian Corona Panel Project der Universität Wien. Herr Prof. Eberl, wir haben jetzt viele Argumente gehört. Der Herr Perwein, der uns geschrieben hat, den wir besucht haben, ist das ein Einzelbeispiel? Oder mit all seinen Motiven fügt er sich in diese 12-Prozent-Gruppe der impfunwilligen Pardon ein, die in Ihrer Umfrage abgebildet werden? Also diese Gruppe der Nicht-Impfbereiten ist durchaus keine homogene Gruppe. Und wir haben Nicht-Impfbereite auch in allen Bevölkerungsschichten. Aber ein paar Muster können wir schon erkennen, jetzt auch beim Herrn Perwein. Also zum Beispiel sehen wir, dass Selbstständige und mit den Selbstständigen auch Erwerbslose eher die Gruppe an Erwerbstätigen ist, die einen höheren Anteil an Ungeimpften und auch Nicht-Impfbereiten darstellt. Warum? Können Sie das erklären? Es hat durchaus etwas damit zu tun, dass diese Gruppe möglicherweise auch besonders stark von der Pandemie, von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie getroffen wurde. Und da auch eben, wir wissen, gerade Vertrauen in die Regierung, in den Staat, ist ein zentraler Faktor bei der Impfbereitschaft. Dieses Vertrauen erodiert natürlich, wenn man persönlich durch die wirtschaftlichen Folgen von Maßnahmen auch getroffen ist. Dieser Vertrauensverlust, der wurde ja öfters angesprochen, mündete bei Herrn Perwein sogar in einem Austritt aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund. Und ein bisschen lässt sich auch seine Trotzhaltung heraus erkennen und tiefe Überzeugung, sich jetzt justament nicht impfen zu lassen, denn vielleicht geht das Ganze ja so vorüber. In der Wissenschaft nennt man das, nennen Sie das Reaktanz. Können Sie uns das Phänomen erklären? Ja, die Reaktanz ist grundsätzlich etwas, vor dem wir jetzt auch schon immer wieder gewarnt haben, vor allem bei so großen einschneidenden Maßnahmen wie eine Impfpflicht. Reaktanz heißt, dass wenn eine Pflicht, ein Verbot oder eine Strafe kommt, die Folge oftmals bei der Zielgruppe jene ist, dass man nochmal eher das Verbotene machen will oder dass man nochmal eher auf die eigenen Freiheiten, wie in dem Fall eben, pocht und eben, dass das eher so eine Trotzreaktion darstellt. Das kann sich auch auf andere Sachen wie andere Maßnahmen, auf das Mittragen anderer Maßnahmen auswirken. Das kann im Extremfall auch zu Gewaltpotenzial führen. Das würde ich jetzt da aber nicht sehen. Gut, nein, das kann ich bestätigen. Im Gespräch bei Herrn Perwein ist das nicht der Fall. Aber zur Reaktanz nochmal, hat die Regierung, hat die Politik, hat der Gesetzgeber, also es haben ja auch die NEOS-Abgeordneten, nicht alle, aber auch die SPÖ zugestimmt, hat man da diesen Gegendruck unterschätzt, beziehungsweise gar nicht mitbedacht, dass man das Gegenteil bewirkt? Also man muss grundsätzlich sagen, es hat in der Gesellschaft, oder es gibt derzeit eine Mehrheit in der Gesellschaft, die für eine Impfpflicht ist. Was aber wichtig ist, ist, dass das keine bedingungslose Zustimmung zu einer Impfpflicht ist. Da muss man immer auch die Effizienz und die Umsetzbarkeit abschätzen, abwägen. Und es kommt auch darauf an, wie man das Ganze kommuniziert, wie transparent man das kommuniziert und welche Begleitmaßnahmen man wirklich auch gleich mitbedenkt. Hier kam das alles ein bisschen wie aus der Hüfte geschossen vor. Und dadurch hat man natürlich auch noch mehr, diese Gruppe, die sowieso schon am Zahnfleisch gegangen ist, möglicherweise noch mehr in diese Reaktanzsituation, wo die dann auch abschließen und nicht mehr kommunikativ erreichbar sind, noch mal mehr hineingedrängt. Jetzt ist es ja so, dass es auch aus der Verhaltensökonomie, kennen wir das, andere Möglichkeiten geben würde, Geld, Anreize, Prämien. In dem Fall hat das auch nicht gefruchtet, beziehungsweise wird das abgelehnt in unserem Beitrag. Aber ist es dafür ohnehin schon zu spät und die Impfpflicht daher alternativlos? Die Impfpflicht ist auf jeden Fall erst dann jetzt bedacht worden, dadurch, dass es so eine strikte Maßnahme ist, wo zumindest eine vermeintliche Alternativlosigkeit da war. Aber sowas wie Prämien oder eine Lotterie hätten vor allem im Sommer sehr viel erreichen können und hätten uns möglicherweise jetzt auch einiges an Stress ersparen können diesbezüglich. Wir haben vor kurzem eine Studie auch gemeinsam mit der MedUni Wien durchgeführt und haben da irgendwie versucht herauszufinden, was könnten denn jetzt bei Ungeimpften so eine Impflotterie oder so Prämien noch erreichen. Wir sehen nur eine begrenzte Wirkung jetzt noch. Und wenn, dann aber eher eine von Prämien, also von Bargeld auf die Hand nach der Impfung, als im Vergleich zur Impflotterie. Jetzt hat der bekannte Virologe Christian Drosten einmal gemeint, und das ist sehr treffend, nicht nur der Impfstoff ist wichtig in einer Pandemie, nämlich ebenso wichtig ist die Information der Öffentlichkeit in einer Pandemie. Herr Professor Eberl, Sie sind Kommunikationswissenschaftler und wenn wir uns das kurz in Erinnerung rufen, von sich widersprechenden Corona-Maßnahmen, von der Impfpflicht als Tabu, die nun eine Impfpflicht, wie der Name schon sagt, ist, bis hin zum Sommer ist die Pandemie zu Ende, dann gab es wieder Lockdowns oder einer nun doch offenbar nicht durchführbaren 1-Milliarden-Impflotterie. Also die Aufzählung zeigt es ja schon, da ist vieles in der Kommunikation schiefgegangen. Aber wie sehr ist damit auch das Vertrauen jener beschädigt worden, über die wir ja fast gar nicht sprechen? Wir sprechen über eine Minderheit, aber die Mehrheit der Menschen ist ja geimpft in Österreich. Leidet auch deren Vertrauen? Also grundsätzlich muss man sagen, dass um so eine Gesundheitskrise bewältigen zu können, ist Vertrauen in den Staat und in staatliche Institutionen das A und O. Und eben mit Versprechen, mit einer Ankündigungspolitik, ohne die jetzt wirklich vorbereitet zu haben, teilweise die Impflotterie zum Beispiel, wie in dem Fall, oder die Impfpflicht teilweise auch, aber auch die Korruptionsskandale der letzten Monaten, Jahre, die lassen natürlich auch dieses Vertrauen erodieren, das Vertrauen, das wir jetzt gerade brauchen. Und auch bei einer Impfpflicht, man kann gegen die derzeitige Impfpflicht dieses Modell sein, ohne eigentlich gegen eine Impfpflicht zu sein, weil diese Impfpflicht zum Beispiel als zahnlos wahrgenommen wird oder eben durchgewurschtelt wurde. Das heißt, ja, es trifft sehr wohl einerseits die Nicht-Impfbereiten, über die haben wir schon viel geredet, aber dieser Vertrauensverlust findet auch bei den Impfbereiten oder bei denen, die das Ganze mitmachen, statt. Damit geben Sie uns schon das Stichwort für den nächsten Beitrag. Herr Professor Eberlich, ich sage danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, und wir bleiben eben bei diesem Stichwort Vertrauen, denn Vertrauen in die Politik, in die Regierung, in den Staat, da ist seit Beginn der Pandemie und deren unerwünschten Nebenwirkungen etwas ins Rutschen gekommen. Und dem nicht genug haben die innenpolitischen Turbulenzen der letzten Monate von der Inseraten-Affäre bis zu den vielen Chats, die uns heute schon zu Beginn der Sendung beschäftigt haben, ihres dazu beigetragen, dass das Vertrauen in das politische System messbar auf einen Tiefstand, salopp gesagt, im Keller angekommen ist. Laura Franz und Julia Ortner über die Folgen und die Lehren aus dieser Vertrauenskrise. Noch vor ein paar Jahren hätte Astrid Esterle nicht gedacht, dass sie einmal bei der Caritas Sozialberatung sitzen würde, weil sie nach dem Tod ihres Mannes und ihrer schweren Erkrankung plötzlich mit ihrer körperlich behinderten Tochter alleine dasteht und ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Dennoch, das Interesse an Politik habe sie als politisch aktiver Mensch und SPÖ-Parteimitglied nicht verloren. Es gibt sehr viele Menschen. Ich bin sehr vernetzt in Gruppen anderer Betroffener. Und die Menschen haben einfach resigniert. Und die Leute trauen sich. Da sind wahnsinnige Berührungsängste. Da ist dieses, die hören mir eh nicht zu. Da habe ich eh keine Chance. Und wenn ich dann sage, na komm und probieren wir es trotzdem, dann ist dieses, immer wieder die Antwort, nutzt ja eh nichts. Doris Anzengruber leitet die Sozialberatung und erlebt im Alltag selten Klientinnen wie Frau Esterle, sondern vor allem Menschen, die wegen Existenzsorgen Schwierigkeiten haben, am politischen Leben überhaupt teilzunehmen. Demokratie bedeutet ja im Sinne Teilhabe. Das heißt, Teilhabe im gesellschaftlichen Leben, Teilhabe im politischen Leben, das ist für Menschen, die armutsgefährdet sind, kaum möglich. Wer arm ist, kann sich kaum leisten, Freunde zu sich nach Hause einzuladen, kann sich nicht leisten, die Kinder auf Schickhaus mitzuschicken. Das heißt, Armut grenzt aus. Wer ausgegrenzt ist, tut sich schwer mit Teilhabe und tut sich auch schwer, Vertrauen zu fassen in die bestehenden Verhältnisse. Pandemie-Pressekonferenzen, Regierungsturbulenzen oder Inseraten-Affäre. Das Vertrauen in das politische System im Land ist laut dem aktuellen SORA-Demokratie-Monitor auf einem Tiefstand, besonders im unteren Drittel der Einkommen, fühlen sich 84% von der Politik als Menschen zweiter Klasse behandelt. Insgesamt sind 6 von 10 der Befragten davon überzeugt, dass das politische System weniger oder gar nicht gut funktioniert. Laut dem SORA-Forscher ist das Vertrauen in das politische System gerade bei den Menschen im unteren Einkommenstrittel schon seit 2018 am geringsten. Und nun komme die Vertrauenskrise bei jenen mit höheren Einkommen hinzu. Jetzt durch Corona ist dazu gekommen, dass auch in anderen Teilen der Gesellschaft das Gefühl entsteht, die Politik kann das, was ich jetzt bräuchte, nicht zu liefern. Es ist für mich verwirrend, meine Bedürfnisse wären nicht so gehört. Und deswegen haben wir einen stark sinkenden Anteil von Menschen insgesamt, die jetzt sagen, dass das politische System gut funktioniert. Die langjährige politische Beobachterin sieht einen flächendeckenden Vertrauensverlust in Politik und Institutionen, den sie so noch nicht erlebt habe. Dass sich das in der Mitte ausbreitet und auch in die obere Schichten geht, ist in meinen Augen geschuldet dieses Rumtuns in der Pandemie. Wobei man sagen muss, ja, es gab noch keinen Politiker, der damit Erfahrung hatte. Aber auf der einen Seite wurde den Leuten versprochen, die Sachen, die nicht halten. Dann hat man gesehen, die Verwaltung funktioniert nicht so, wie sie eigentlich sollte. Und dann hat man, hat sich das Gefühl ausgebreitet, wissen die überhaupt, was sie da tun? Der Kampf gegen die Pandemie offenbare, dass es ein generelles Vertrauensproblem in der Gesellschaft gibt, sagt die Krisenpsychologin. Viele hätten den Eindruck, sie seien am Ende ihrer Möglichkeiten. Das hat auch mit diesem Konzept der Selbstwirksamkeit zu tun. Nämlich, dass wir ganz gerne das Gefühl haben, wenn wir was anpacken, dann hat das einen Erfolg und dann bewirkt das auch tatsächlich was. Jetzt haben wir gerade, was die Pandemie betrifft, schon versucht, so vieles anzupacken und so viele Varianten ausprobiert, dieser Situation irgendwie, ja, sie unter Kontrolle zu kriegen und merken aber, uns gelingt es nicht. Das heißt, die Selbstwirksamkeit, die wir ihnen zugestanden hätten, unseren Politikern, Politikerinnen, die hat nicht funktioniert. Und jetzt entsteht da natürlich noch einmal mehr Misstrauen. Weil wer soll es schaffen, wenn schon nicht die, die wir uns ausgesucht haben? Dennoch ist das demokratische Bewusstsein der Bevölkerung laut der Asora-Studie nicht so leicht zu erschüttern. 88 Prozent der Befragten sagen, dass die Demokratie die beste Staatsform sei. Und laut den Erhebungen von Demox Research für den österreichischen Gemeindebund vertrauen zwei Drittel im Land jedenfalls ihren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Wie könnte das politische System insgesamt Vertrauen zurückgewinnen? Der Politikwissenschaftler sagt, in den vergangenen Jahren habe es eher die Tendenz schneller politischer PR-Erfolge gegeben. Nun könnte die Politik längerfristiger denken. Es zeigt sich in unseren Daten, dass die Menschen durchaus bereit sind, auch schwierige Aufgaben der Gesellschaft anzuerkennen. Sei es die Pandemie, sei es die Klimakrise, sei es jetzt Arbeitsmarkt und Wohlstandsverteilungen. Das sind alles Dinge, wo die Menschen aber nicht naiv sind und wissen, das sind langfristige Aufgaben. Und dass dort die Politik langfristige Projekte mit den Bürgerinnen und Bürgerinnen angeht und diese auch beschreibt die Wege, die sie dort geht. Und nicht so tun, als wäre das eben ein Disneyland-Besuch. Auch wenn man hier mit der Klientin und mit der Expertin der Sozialberatungsstelle spricht, gibt es Ideen, wie die Politik wieder zu mehr Vertrauen bei den Menschen mit kleinen Einkommen kommen könnte. Ich denke mir, am System muss sich viel an Haltung und an Kommunikation ändern. Ich denke mir, wenn armutsgefährdete Menschen sehr oft in den Medien wahrnehmen und hören, du sprichst nicht der Norm, deine Leistung ist nicht gut genug, du kriegst für uns ein bisschen was, damit du halt überleben kannst, aber mehr ist es nicht, dann ist das das falsche Signal. Denn ich denke mir, wir sollten uns daran messen, die Schwächsten in der Krise oder auch darüber hinaus, die Schwächsten in der Gesellschaft zu unterstützen und das besser und mehr, als es jetzt der Fall ist. Da gibt es so viele Vereine, die sich engagieren, die eigentlich mit ihrer eigenen Freizeit, die das auf ehrenamtlicher Basis machen. Und die müssten viel mehr gehört werden. Da müsste man sich einfach mehr Einblick verschaffen seitens der Politik. Man müsste wieder, um es jetzt sagen, unter das Volk gehen. Und damit meine ich jetzt nicht das Volk, das jeden Samstag auf der Straße läuft und schreit, wir sind das Volk. Gerade heute in so aufgeheizten und turbulenten Zeiten sollte sich die Politik auf zwei Fragen konzentrieren, um mehr Glaubwürdigkeit bei den Wählerinnen und Wählern zu erreichen. Die Politiker müssen auf allen Ebenen ihr Verhalten ändern. Sie müssen den Leuten ehrlicher gegenüber treten. Das ist das Um und Auf. Sie müssen Gesetze verabschieden, die sie lange versprochen haben, die sie auf die lange Bank geschoben haben. Sie müssen, nehmen wir das Medienförderungsgesetz, nehmen wir das Abschaffung des Amtsgeheimnisses, das Transparenzgesetz. Da gibt es viele Dinge. Doch gerade in der Pandemie müsse man dem politischen System auch Fehler und Lernprozesse zugestehen. Veränderungspotenzial für die Politik sieht die Psychologin hier. Da kann man ansetzen, in der Politik ein bisschen mehr Kontinuität und Transparenz reinzusetzen. und das andere ist, dass Vertrauen immer auf zwei Eigenschaften beruht. Das eine ist Wärme und das andere ist Kompetenz. Also so eine warme, herzliche Ausstrahlung, so etwas Empathisches sorgt für Vertrauen und oder Kompetenz. Im besten Fall beides. Wärme und Kompetenz in der Politik. Jedenfalls interessante Eigenschaften, die es im harten politischen Alltagsbetrieb umzusetzen gelte. Herr Menk, die Digitalisierung ist eine Veränderung. Und weil uns Transparenz ganz wichtig ist, wie wir hier beim Report arbeiten, wie unsere Beiträge entstehen, warum wir wen interviewen, ein Hinweis auf unseren Report-Werkstatt-Podcast, wo Sie all das auf allen gängigen Plattformen wie tv.orf.at, iTunes und Spotify nachhören können. Mit dieser Empfehlung verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich auf einen Wiedersehen. Bis nächsten Dienstag. Kommen Sie gut durch die Woche.